Jaja, was da los? Hey Leute, hier ist wieder der Benni und der Hauptmann von DieBudysZocken. Und heute gibt es eine neue Folge Skywars. Und ja, ihr habt richtig gelesen, wir machen heute was richtig fucking OPs. Nämlich, es gibt ein neues Kit in Skywars, das heißt einfach Brandstifter. Und es gibt ein paar Leute, die meinen, das ist ein Funkit oder so. Aber Leute, dieses Kit ist so fucking OP. Und ihr werdet gleich sehen, was wir damit machen. Es wird so krass werden. Wir werden einfach alle Gegner one-hitten. Und wir müssen auch dazu sagen, wir sind vielleicht nicht ganz unbeteiligt daran, dass es dieses Kit gibt. Zumindest haben wir einen Wunsch geäußert, dass wir, WTF hat er gemacht, eine krasse Idee haben. Ich glaube, unser Team hat cheated, aber no homo. Was macht der? Ich war gerade in der Kiste drin und er ist rein gegangen und hat die ganze Kiste gelootet. Und bei meinen ganzen Items wurde dann irgendwie Null angezeigt. Richtig komisch. Auf jeden Fall. Ja, hast du irgendetwas Gutes bekommen? Ja, ich habe ein bisschen was an Equip, das reicht auf jeden Fall. Perfekt. So warte, bist du unten oder wo bist du? Ja, ich komme jetzt hoch. Ich würde sagen, wir holen uns gleich mal Kloster und Redstone und genau das brauchen wir heute. Oder? Ich würde sagen, als erstes töten wir die Lore, oder? Ja, okay, hau raus. Ich hau sie raus. Ich hoffe, sie droppt. Hat sie was gedroppt? Ja, ich habe es. Perfekt. Leute, ihr wisst Bescheid, eine Lore droppt nämlich eine Lore-Route. Alles klar, eine Lore bei mir. Ich bin behindert. Eine Blaze natürlich droppt die Lore-Route und damit kann man sich einen Braustand bauen. Und noch immer keine Lore. Es ist eine Lore. Lore, Mann, die ist mir egal. Eine Lore ist ein Maincut. Ich mache mir ein Bier schwer. Braustand. So, ich platziere den Braustand einfach jetzt hier drinnen irgendwo. Ja, Mann. Stärkedrank hast du? Ich gebe ihn rein. Warte, soll ich den auch gleich reingeben? Ja, gib ihm den Schwächetrank. Ja. Oh Gott, Leute. So, und jetzt muss Hauptmann nur Dostand reingeben. Und ihr seht schon, jetzt wird das Ganze gebraucht. Und wir bekommen jetzt, Leute, von einem Stärkedrank einen fucking Stärke 2-Drank. Dieses fucking Ding macht dreimal zu viel Schaden dann. Ich bin tot. Was? What? Ich bin safe auch tot. Der hat Stärkedrank. Ich töte gleich mal den Blaze. Und? Er hat nichts gedroppt. Ich spawn sie. Der hat wieder nichts gedroppt, diese Bitch, Mann. Ich spawn die Lore. Und sie fliegt weg. Das war nicht so gut. Ich spawn die Lore. Ja, ich habe was bekommen. Okay, warte, ich baue ab. Clostone ist hier. Ich baue Redstone hier ab. So. Das Ganze ist gleich fertig. Jetzt werden wir nicht von hinten abgestoppt, Mann. Ne. So. Oh, shit. So, Leute, ihr seht das jetzt gleich. Werfbarer Trank der Stärke haben wir gerade noch. Jetzt ist es gleich fertig. Und? Der G2 Drank. Oh, shit. Stärke 2. Okay, Schwäche hat nichts gebracht. Wusste ich nicht. Aber zumindest gönnt euch Leute. Plus 260 Angriff Schaden. Das Ding ist so fucking sick. Der Regenerationstrank auch noch. Auch den Regenerationstrank 2. Also das wird übelst sick. Wir können fast nicht mehr sterben. Einfach alles. Die da drüben, die kommen, die bleiben im Haus. Lass die Treppe hochgehen. Und lass da dann, wenn die hier sind, den Stärke dran nehmen. Perfekt. Ich habe nur eine Minute. Ja, wir haben beide fast keine Rüstung. Wir werden die wahrscheinlich trotzdem ficken. Der letzte ganze Eck hier. Oh Gott. Ich habe ein Herz. Oh Gott. Ich auch. Regeneration. Äh, ich bin tot. Ich sehe keinen Gegner. Da ist der Gegner. Die hatten auch alle Stärke, Mann. So. Komm. Droppe. Droppe. Wurensohn. So. Gleich sind die Dinger fertig. Oh Gott. Warte. Das werden drei Hältrenke stufen. Oh Gott. Heilige Scheiße, Mann. So. Stärke. Ja. Go. Rüber da. Gönn dir die. Hast du Hilfe? Nee, nee. Die sind alle. Ja, der hat Full Tank Rüstungen. Das tut, Mann. Der hat eine Enderperle. Gönn dir. Warte. Geh gleich weiter. Der gewirkt nicht mehr lange. 30 Sekunden. Ich hole den in der Mitte, Mann. Okay. Komm, Bruder. Komm zu mir. To it. Alle To it, Mann. Oh Gott. Da ist noch eine Enderperle. Vielleicht schaffe ich noch einen Gegner. Der war auch To it, ey. Was ist los? Wo sind die? Ich sehe ich noch einen. Ich habe noch 15 Sekunden. Den da vorne klatsche ich, Mann. Oh Gott. Ich habe noch... Oh Gott. Ich habe noch... Die haben auch Stärke. Oh Gott. Nein. Halbes Herz. Das war so krass. Der hatte Stärke, Trank und Full Tier. Und ich habe ihm fast One Hit gegeben oder so. Oh Gott. Scheiße, Mann. Und der hat erlebt dann der letzte mit einem halben Herz, Mann. Nur Glück beim Zock. Wo bleibt der Merch? Ja. Ich würde sagen, ich sponzi. Ich habe wieder nichts gedroppt. Dieses Drecksvieh, Mann. Oh, gleich ist es fertig, Mann. Nimm du dir die drei Tränke. Und dann gib deine Heiltränke noch mal rein. Und jetzt die zweite Ladung. Extrem hoch. Vier Heiltränke. Die heilt vier Herzen. Oh, Mann. So. Komm. Hop, hop, hop. Und dann kann es losgehen. Dann wird wieder geschnetzelt. Vielleicht direkt ein Dreier-Team oder so. Oh, da ist einer. Oh Gott. Soll ich aufbauen und du machst Stärketrank? Ich mache Stärketrank, ja? Ja? Okay, go. Ich baue auf. Hier drüben. Wo ist er? Er wollte hier links hoch gehen. To Hit. Und er hat die Enderperle gedroppt. Nice. Und geh gleich weiter. Go, go, go. Sehst du wo Gegner? Nice, nice, nice. In der Mitte sehe ich einen. Ich hole mit denen in der Mitte, Mann. Auf geht's. Ich stehe neben ihm. To Hit. Alles To Hit, Mann. Hat er denn eine Enderperle? Oh, leider nicht. Aber an dir, Schwert. Nice. So, ist hier noch wohl ein Weg gebaut? 18 Sekunden. Fuck. Okay, ich bekomme keinen mehr. Alter Mann, ist das Ding OP. Aber du hast ja noch die Heiltränke. Ich glaube, der hat die Stärketränke. Wir können uns noch welche machen. Wirklich? Ich guck kurz. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Kommt er? Ja. Er ist über dir. Da kommt noch einer. Sieh kein Team, du könntest auf deine durchziehen. Ich ziehe auf den Urkmann. Er redet die Feiten. Oh Gott. Huch. Fuck, war das knapp. So. Nice. Oh Gott. Die kommen, die sind ein Team. Sneak auf jeden Fall. Sneak, 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 sneak jetzt. Kommen die zu mir? Die letzten... Ne, jetzt noch nicht. Aber die sind beide im Team, also... Okay, ja, warte, ich habe mir kurz das Kloster geholt. Ich crafte, ich mache das kurz jetzt. Stärke 2. Äh, hier, Stärketrank. Nell, einer kommt schon. Okay, ich baue zu. Fuck, Mann, du brauchst den Stärketrank schnell. Er ist fertig. Fuck. Nell, gönne ihn dir. Oh Gott, Mann. Oh Gott. Du hast ihm auch Stärke gegeben, oder? Ich glaube schon, ja. Ja, du hast ihm Stärke gegeben. Aber ich habe die Heiltränke, Mann. Oh Gott! Fuck! Oh, GG, Mann. Nice, Mann. Ey, das ist so fucking krass. Okay, Leute. Man kann sich die übelsten krassen Heiltränke machen. Oder der Stärketrank. Oder der Regenerationstrank, Mann. Fuck, da kann man so geil rasieren. Ich würde sagen, das war's, oder? Ja, auf jeden Fall. Leute, wenn euch das Video mal wieder gefallen hat, spritzt auf jeden Fall den Like-Button ab. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Ciao. Wir sehen uns schon